Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut? Mit dem Paul ist Schluss für heut! Paulchen, Paulchen, mach doch weiter! Jagd das Männchen auf die Leiter! Säg und pinsel, bunt die Wände! Treibe Scherze ohne Ende! Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen! Denn du bist, wir kennen dich! Doch nur Farb und Pinselstrich! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss! Part 5 mit dem Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und Pinsel und die Wände, drei Beschärfte ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heut ist wirklich Schluss. Schade, dass es schon so spät? Schade, dass es schon so spät? Vielen Dank.